Ich bin Rolf, hier im Radio 1, der Fitnessberater. Ich zeige euch jetzt einen Tipp, wenn es darum geht, von allen Damen natürlich. Strafjogerschenkel, Knackarsch, Schwöningerhunde und kräftige Muskelatur plus kräftige Kreisläufe. Simpel einfach, es braucht so wenig, wenn wir es machen. Knie auffallen und wieder auf die Zehenspitze. So sind sie stabil, d.h. beim Motogafen fersen und beim Muchengafen zehenspitzen. Im Übergangstrecke, an einem Frühling, 3x25x machen, heben. Wenn man so trainiert, dass noch niemand Probleme bekommt mit dem Herz und der Kuh. Gleichzeitig wird die Fadermuskulatur aktiviert. Das Venösegut wird hochgepuntet mit dem Zug zum Herz. Das heisst, es gibt keinen Venenstaub, keinen Krampfadern und somit auch keinen Impoliieren. Oder andere Probleme, die zu führen sind, auf die Mangelbegte oder Muskelatur. Schnappkarsch, wie gesagt, Strafjogerschenkel, kräftige Rücken und kräftige Kreisläufe. Mit dieser einfachen Höhe. So einfach ist es. Aber machen wir es! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.